Ich freue mich wirklich sehr, dass die Grazerinnen und Grazer die App der Grazer Linien so gut annehmen. Zum einen, um ihre Tickets zu kaufen, zum anderen, um ihre Routen zu planen und zum dritten auch, um zu schauen, wo die verschiedenen Dimmknoten sind. Seit heuer im Programm die Echtzeitdaten von Straßenbahnen und Bussen. Ganz wichtig, damit wir wissen, wann die Straßenbahn kommt und der Bus und zum anderen in Planung, dass wir demnächst auch die Jahreskarte über die App uns kaufen können und herunterladen. Liebe Grazerinnen, liebe Grazer, die Holding ist ein breit aufgestelltes Unternehmen, nicht nur was die Branchen betrifft, sondern gerade auch was die Verkaufs- und Vertriebsmodalitäten betrifft. Wir sind digital, aber auch traditionell unterwegs. Über unsere App auf dem Handy können Sie jederzeit Tickets buchen. Sie können aber auch sich mit Team vernetzen oder Park & Ride Angebote nutzen. Wir sind stolz, dass wir bereits eine Million Tickets verkaufen konnten. Das sind etwa 20 Prozent unserer Ticketverkäufe und in den letzten drei Jahren haben wir bereits eine Million Tickets verkauft. 60 Prozent, 600.000 Tickets im letzten Jahr. Nutzen Sie unsere App, steigen Sie in die digitale Welt der Holding ein, nutzen Sie aber auch unsere Fahrscheinautomaten. Wir stehen für Sie zur Verfügung.